Hallihallo, hier vom Sachsenring, jeder kann es erkennen, den wunderschönen Turm. Die erste Deutschlandanstaltung auf dem Sachsenring, zwei Tage sind wir fleißig runden gedreht. Anfang Juli ist die MotoGP wieder auf dem Sachsenring und ich durfte zwei Tage in herrlichen Sonnenschein schon hier fahren und habe Rekordrunden gedreht. Meine Erwartungen sind übertroffen worden hier in den letzten zwei Tagen. Ich bin total begeistert, habe riesen Lernerfolge hier mitbringen können. War von Anfang an sehr optimistisch, dass sich was verändert und das hat sich auch verändert. Also von dem ersten Video, wo ich als Touristenfahrer unterwegs war, bis den letzten Turn allein, wo ich mich sehr sicher gefühlt habe und auch deutlich schneller geworden bin, etwas über Körperhaltung, Linienführung, Blickführung gelernt habe, bin ich wirklich absolut dankbar, in Max wirklich einen super Trainer gefunden zu haben, weil er konnte das hervorragend erklären und auch dann im Training entsprechend umsetzen. Also ich bin begeistert, kann jedem nur empfehlen, an so einem Training teilzunehmen, weil man wird sicherer, schneller und es macht am Ende des Tages mehr Spaß. Also insofern Daumen hoch, super Sache. Daumen hoch, super Sache. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.